Wir sind unten lang geschlichen oder nicht? Da drüben ist noch einer. Ich muss dort in den Büchern. Ich muss hier hochklettern. Ja, steh doch mal auf. Wie dumm ist das, der mich hört. Geh mir Seed. Oh. Glück gehabt, dass es nur zwei Personen waren, die hier oben gestanden haben. Ja. 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 Da ist noch einer. Ja. Offizier. Ja. 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 Talib may be collecting supplies. Try the depot. Man, hier ist aber hier was los. Wer läuft denn hier? Ach, Raimi, hier ist ja noch einer. Und der hat nicht gesehen, wie sein Offizier umgeklatscht ist oder was? Ist ja auch nicht schlecht. Da ich habe ja Glück gehabt vom Unglück. Ich muss bloß mal gucken, wie war Ene? Da kommt ja einer jetzt zurückgelaufen, wie weit der kommt und er hier... Ach, schade, ich dachte, er läuft noch weiter. Den werden wir sicherlich umlegen müssen und mal zur Seite räumen müssen. Ja, 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 das ist sehr gut, was du jetzt machst. Warum hat denn die... Sorry, alles, dude. Wollt ihr ihn gerade messern? Kommt nochmal. Kommt nochmal. Messer ein. Wollt ihr ihn messern? Haha. Wollen wir eine Luft jagen oder wollen wir eine Kugel verpassen? Ich würde sagen, wir machen erster Ritt und dann jagen wir die Bude in die Luft. Ich habe die falsche Einstellung drinnen. Ich habe die Bude in der Bude. Wir haben eine Explosion in Sektor 4. Wir brauchen die Anzeigen, über. Copy that. war der eigentlich wo sind der da das steckt denn dann boom oder was mal da kommt der angerufen da kommen sie jetzt gerade gesagt die dumme ratte ist ja nicht gut warum liegt der dann doch jetzt mal kräftig durchatmen mein freund im reflex achtet was denn jetzt was fandet wer hat mich jetzt gekillt was 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 aha jetzt hockt er da oben jetzt sind beide kopfgeldjäger also beide kopfgelder sind auf einer position jo dummer kunde wollen wir die ane ich muss ja dahin so wie es aussieht war ja 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 tisch gesehen aber wie hat er den kopf wurde klärt ich wo ist er er hat mich letztens erwischt der panzer als er hat mich erwischt der panzer trinken war überhaupt nicht sehen hier hier hallo ein wunderschöner reise englisch or german wenn wir uns bei da stehen sogar zwei panzer die frage ist nun kaffee oder kein kaffee kein kaffee ich muss da irgendwie hin jetzt erzählt mir doch mal bitte erstmal muss ich die anderen typen alle gekillt kriegen und denn holisch but i can speak english ok ja kann betet nicht die sache denn hätte geschrieben da hock Nina? Only English. Okay. Why? I need to go. Okay. We have a nice evening, yes? Okay. We have a nice evening. Okay. 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 Ach, hier wird jetzt gerade zu. Ach, das ist die... Jetzt sehen wir doch das an, was ich nicht wollte. Aber gut. Das ist das Schloss, wo die Chefin rumhängt. Okay. Ach, das ist EO-Aitler. Okay, wir gucken jetzt von hier bis hier rüber. Das ist halt Bahnhofseelände hier. Okay. Wird definitiv irgendwo in Scharfschlitz rumliegen. Ach, ja. Ein Störsender wird gar nicht hier doof irgendwo sein. Mal da. Ihr nehmt da noch nicht mal, weil er wahrscheinlich da so schön versteckt ist. Das ist 450 Meter. Das ist 450 Meter. Ja, 400er oder 500er Einstellung. Ihm günstig. Gucken wir mal. Ich würde sagen, mit der 400er sollte es klappen. Na, 500er ist schon drüber. Ich nehme die weitere. Alter, was für ein Gelände. Das ist ja das Schule daran, ja. Dass du, wenn die Kugel da fliegt, dass du das Gelände schon sehen kannst. Das ist Wahnsinn. Okay. Okay. Das wäre zu schön, wenn wir vielleicht noch eine Mission mal hinkriegen. Ohne erblicke zu wehren. Lull. Da oben. Schöne Scharfschlitz. So. Wo geht es denn da hin? Los. Wohin? Ach, da jetzt. Ach so. Da hätte man jetzt von hier. Okay. Hätte, hätte. Fahre. Okay. Okay. Scheinwerfer. Wahrscheinlich noch ein Scheinwerfer. Das war's. Ohne. Um, 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 um. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, zum Glück habe ich den Scheinwerfer noch nicht abgeschossen. Zum Glück. Der Ditboot da oben nehme ich gesehen oder mitgekriegt? Da steht ein Schützpanzer. Automatische Maschinengewehre. Was war denn jetzt hier eigentlich? Muss ich mal kurz in die Mission gucken. Finde die Gefangene. Also Ditbeadet ist hier oben, haben wir hier, beschaffen sie, ne, Manifest des Zugdepots. Diese welche wäre hier? Warte, du bist durch. Wahnsinn. Da ist alles voll mit Kameras. Da ist ein verrückter, der... Doch mehr hier als ich dachte. Ich dachte, du bist durch den guten Tanz hier so ein bisschen. Ja. 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 Sicherheits-Talala. Okay. Generator. Okay. Also um den hier hinten kümmert sich da sowieso keiner. Interessiert doch keinen Menschen, ob der da läuft oder nicht läuft, oder? Genauso wie den da oben. Der hier auch nicht. Gut, dann nehmen wir uns den jetzt mal. Mit dem Außenminenfeld, oder was ist das? 123 Meter. Jut, juckt den Nacken. Da kommt die Wespe. Boink. Geh returns. Tollvous. Geh. 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 Weißt du nicht. Die. Geh. 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 10 feinde aus 150 meter entfernung herzlichen glückwunsch